Warum möchten Sie als Frau in die Unfallchirurgie? Sind Sie auch anderweitig an Frauen interessiert? Kommt heute irgendwann der richtige Arzt? Das sind Fragen, die mir auf meinem Weg zur Unfallchirurgin und Orthopädin fast täglich begegneten. Mein Name ist Lieschen Müller. In meinem Buch OHA! Können Sie denn auch operieren? Beschäftige ich mich unter anderem mit der Frage, ob meine Brüste meine Kompetenz einschränken und es geht um den Blick darüber hinaus. Ich nehme Sie mit auf meine ganz persönliche und emotionale Reise und zeige Ihnen die irrsinnige Realität unseres Gesundheitssystems. Als ich die Krankenkassen, einige Kollegen und Patienten als Voodoo-Puppen bereits in meinem Spind erhänge, stelle ich fest, dass ich auch mich hasse. Ich erzähle Ihnen davon, wie ich zu einer Ärztin wurde, die heute mit Selbstfürsorge, Mitgefühl, weiblicher Sanftheit und Vertrauen den mutigen Schritt in die Zukunft der Medizin wagt. Ich lade Sie ein, Gesundheit neu zu denken und bedanke mich, dass ich Sie auf diesem Weg begleiten darf. Ich lade Sie ein, ganz schönes Schöne, 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 ganz schönes Schö